Hallo Leute, hier bin ich wieder, euer KingLewis. Jetzt sieht man, wie schnell diese Pickaxe hier abgeht. Wieder. Seht ihr, wie schnell die ist? Arme kleine Base, wie schnell die ist, kaputt geht. Ja, wieso vorher schon kaputt? Aber guck mal. So, das war's von mir und tschüss, euer KingLewis. Abonniert und kommentiert. Tschüss.